Am nächsten Tag war ich endlich in Norwegen. Abseits der E6 bin ich erstmal weiter nach Norden gefahren, vorbei an Oslo, um dann kurz nach Oslo wieder auf die E6 zu treffen. Es zog sich weiter durchs Gutbranstal über Lillehammer, da habe ich mir die Schanze angeguckt, weiter durch das Gutbranstal an einer bekannten Stabkirche in Ringebu vorbei, die ich mir auch angeguckt habe, zumindest von außen, und dann ist plötzlich mein Tacho ausgefallen. Auf dem abendlichen Campingplatz in Quamm habe ich dann festgestellt, dass die Tachowelle gebrochen war. Naja, und die blieb dann bis zur Heimreise weiter kaputt. Es ist kurz nach sieben und ich bin hier der Erste, der wach ist auf dem Campingplatz. Ja, das ist wieder ein norwegischer Rastplatz, mitten an der Straße. Sehr geil. Mittagessen. Schön am See. Weit und breit, niemand zu sehen. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Aufenthaltsraum. Da hinten ist mein Zelt. Die anderen Zelte. Hier werde ich mich heute Abend aufhalten. Und abstillen. Da hinten steht noch ein Fernseher. Das Gepäck von den Wanderern. Die machen wir jetzt lecker was zu essen. Auch wenn die Tachowelle nicht mehr geht. So, die Wurst. Dann mit Brokkoli. Da rein. So, jetzt wird geschlemmt. Bei den anderen ist natürlich auch schon gedeckt. Ja. Das ist ein Aufenthaltsraum. Ja. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020